Hallo Leute! Flugwetteraussichten hohe Wand für die kommenden Tage. Freitag 30. Juli bis 1. August 2021. Freitag. Der Tag beginnt überwiegend sonnig. Erst ab den Mittagsstunden, am Nachmittag, sollen die Wolken mehr werden. Die Schauer- und Gewitterneigung steigt wieder. Der Wind bleibt laut den Prognosen eher schwach bis mäßig stark prognostiziert und ist meist aus Ost bis Südost zu erwarten. Ab späteren Nachmittag könnte der Wind möglicherweise gegen westliche Richtungen drehen. Zeitweilig sollte es fliegbar werden. Samstag. Unbeständig geht es weiter. Die Wolken sollen überwiegen und schon ab Vormittag muss man mit gewittrigen Regenschauern rechnen. Es bleibt dennoch recht warm und schwül. Der Wind kräftiger nordwestlicher Wind. Sonntag. Kaum Wetteränderung, es bleibt wechselhaft. Die Wolken überwiegen und man muss wieder mit gewittrigen Regenschauern rechnen. Auch der eher kräftige, überwiegend westliche, Wind bleibt uns treu. Der weitere Wettertrend. Voraussichtlich bleibt es bei einem Mix aus Sonnenschein und auch mal dichterer Bewölkung. Die Schauerneigung dürfte aber abnehmen. Der Wind bleibt wahrscheinlich kräftig und dreht am Montag noch aus westlicher, am Sonntag gegen südlicher Richtung.